Hallo und herzlich willkommen zur 82. Folge hier an den wunderschönen Sonntag und ich tue jetzt hier mal weiter die Bahnhöfe gedeihen lassen und hier hinten kommt wieder ein Bahnhof mit drei Gleisen ran oder ich mach mal vier Gleise weil wegen oder fünf. Machen wir fünf. Das hat auch noch Verbindung. Das ist super. So jetzt verbinden wir das ganze mal. Ah ne hier brauchen wir noch zwei Bahnhöfe brauchen wir noch. Einmal den hier. Einmal den hier. Ein Bau nicht möglich. Warum? Weil wir das hier gebaut haben. Bau immer noch nicht möglich. Jetzt ist der Bau möglich. Alles klar. So Kopfbahnhof. Brauchen wir aber nur ein Gleis. Genau ein Gleis. Zack. Das kommt dann hier runter. Und geht dann hier drauf. Wenn man es so nimmt. Muss ja mal ein paar neue Straßen hinzufügen. Und gucken ob manches funktioniert. Ob das hier Verbindung hat. Das hat nämlich keine Verbindung. Das ist nicht gut. Dann müssen wir das hier mal auf der Seite weg rupfen. Bis das ganze Verbindung hat. So. Einmal komplett drehen. So. Und Anzahl. Drei. Würde ich jetzt mal sagen. So. Die Straße ist natürlich zum Nachteil. Die können wir hier so führen. So. So. Da tun wir hier mal Schiene verlegen. Na weiter braucht eigentlich nichts hier hinter. Von daher ist das schon so in Ordnung. So ist es in Ordnung. Und die Straße noch rüber ziehen. Und die Straße noch rüber ziehen. Ich wollte gerade sagen. Das funktioniert denn hier schon wieder nicht. Und da kann man ja auch was hier rüber ziehen. Hm. 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 Ich muss dich trotzdem mal kurz abreißen. Ja. Mir kommt da gerade so eine Idee. Das klappt nicht. Muss ich dich komplett abreißen. Ja. Zack. So klappt es auch nicht. Das macht alles keinen so wirklichen Sinn. Oh ne. Nicht nach oben. Runden. Und glätten bitte. Und jetzt nochmal. Hm. Jetzt muss ich hier schon wieder ein bisschen abreißen. Und hier sagen. Runter damit. Und wieder glätten. Und wieder glätten. Und hier können wir es eigentlich auch gleich mal glätten. Schaut besser aus. So. Machen wir gleich nochmal hier. Den da. Jetzt geht's doch. Super. Zack. weg. Und hier machen wir gleich nochmal Öl ran. Und. Wir hatten aber keine Ölquelle. Da hat sich jetzt erledigt. Die Ölquellen sind alle in der Mitte. Das ist dann zu viel. Des guten. Alles klar. Hier hinten kommt jetzt nur noch was dran. Und das kann man dann ja gleich weiterführen. Und daher ist der Güterbahnhof mit drei Gleisen eigentlich ausreichend. Und mal. Keine Oberleitungen. So. Das wird einfach nur so gerade durchgezogen. Bis es hier rankommt. Ist es jetzt da in Ernst? Ah ja. Gibt's noch nicht. Nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Alter Verweiler. Diese Straßen machen mich schon alle. So. Haben wir schon mal die Verbindung. ein bisschen zwei Gleise hier hoch. Und das war das. Zack. Kunststoff. Machen wir hier lang. Und dann gleich daneben. das Weizen. Das Weizen. Das Weizen. Das Weizen geht dann hier hoch. Zack. So. Die Kohle kommt hier hin. Das Weizen. Wie macht man das am besten? Das Weizen kommt damit. Per. Per. Kommt das Eisen. Dann machen wir da einmal den Stahl. Und die Schlacke. Die Schlacke wird dann hier abgezogen. Nach da. Genau. War irgendwo noch ein Steinbruch. So habe ich mich da getäuscht. Na egal. Egal. Mal. Machen wir erstmal. Das werde ich hier. Müssen wir mal von hier anfangen. Wenn wir sagen. Und von hier anfangen. Dass der Kunststoff. So raus geht. Und der Stahl. So raus geht. Und die Schlacke. So raus geht. weiter. Zack. Und zack. Machen wir mal ein kurzes Stückchen. Jetzt habe ich mittendrin angefangen. Falls wir uns entscheiden, dass das Eisen doch mal hier hinkommt. Können wir das ja immer noch hier entziehen. So das muss leider getrennt werden voneinander. So das ist jetzt was. Das ist. Schlacke. Schlacke kommt von hier. Geht dann auch dahin. Der Stahl ist ganz. Ja. Dann machen wir hier. Also links Schlacke. Mitte Stahl. Und es ist ja eigentlich wurscht. Mach mal das jetzt Stahl hier. Stahl. Zack. 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 Da muss man das erstmal haben. So. Das kann man besser machen. Nämlich so hier. Ja. Und wie wir das zu Ende bauen. Das seht ihr dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Also bleibt dran. Bis dahin. Ciao, ciao.